du kannst alle sieben pages bedienen du kannst alles machen in davinci resolve was du auch auf dem pc machen kannst du kannst natürlich dein color grading etwas feiner mit dem apple pencil dimensionieren und verschiedene andere dinge hier noch feiner regeln es ist einfach eine schöne sache auf dem ipad pro mit davinci resolve zu schneiden und ihr werdet euch fragen ja die app die kommt er jetzt erst warum kann der schon schneiden es geht auch ohne app wie das zeige ich dir jetzt in meinem video wir reden natürlich auch über die app und ich wünsche dir viel spaß beim anschauen es hat mich natürlich nicht in ruhe gelassen als apple das ipad pro mit dem m2 veröffentlicht hat und gleichzeitig natürlich noch für den videoschnitt bilder von davinci resolve veröffentlicht hat was jetzt sozusagen auf dem ipad kommen soll als app und wir reden natürlich in diesem video erst mal über die app und dann zeige ich euch komplett wie man auf dem ipad schneidet wie man davinci resolve auf dem ipad nutzt und auch in vollem umfang nutzen kann aber erstmal gehen wir auf die neuen infos ein von black magic für davinci resolve 18 auf dem ipad pro in form einer app die gute nachricht ist davinci resolve für das ipad wurde für die multitouch technologie und den apple pencil optimiert und bietet unterstützung für schnitt und farbseiten weiterhin hast du zugang zu davinci bild technologie farbfinish tools und den neuesten hdr workflows davinci resolve für das ipad wird noch im vierten quartal 2022 als kostenloser download im apple app store erhältlich sein ein upgrade für davinci resolve studio für das ipad ist ebenfalls als in app kauf möglich spannend sind natürlich jetzt schon die veröffentlichten inhalte die diese app haben wird und das schauen wir mal rein was da so komplett geboten wird dass die schnittstelle für die bearbeitung und die farbseiten für das 12,9 zoll ipad pro display optimiert ist es kann bis zu einer vierfachen verbesserung der ultra hd pro res render leistung mit dem m2 chip kommen weiterhin unterstützt davinci resolve die apple neural engine funktion aber ob diese software für normale ipads auch nutzbar ist das geht aus der presseinformation noch nicht hervor aber natürlich die beste rechenleistung bekommst du ja auf den ipads pro mit dem m1 beziehungsweise jetzt auch mit dem m2 prozessor weiterhin ist die app kompatibel mit davinci resolve 18 und dessen projekt dateien und unterstützt die zusammenarbeit mehrerer benutzer über die black magic cloud was natürlich richtig gut ist davinci resolve unterstützt folgende codex h 264 h 265 und jetzt apple pro res und die black magic raw media dateien die wohl dann aufgrund der enormen größe ab 1 terabyte festplatten speicher besser zu bearbeiten sind weiterhin unterstützt die app clips aus dem ipad speicher der fotosammlung und natürlich auch der hauseigenen icloud und was mich natürlich richtig flashen würde ist wenn die app mit dem black magic speed editor auch noch funktionieren würde das wäre natürlich ultra hammer mäßig denn würdest du dich einfach irgendwo ins café sind beide sachen mitnehmen dein ipad pro dein speed editor und einfach mal ganz easy und pauschal mit wenig platz und wenig aufwand deine video schneiden wäre eine coole sache auch externes monitoring über das apple studio display das pro display xdr oder ein airplay display ist hier dann natürlich auch möglich das hdr display vom 12,9 ipad pro mit m1 oder m2 chip wird natürlich ebenfalls unterstützt softwareseitig kompatibel ist die app wie schon gesagt mit ipad os 16 oder dann natürlich auch den höheren version kreative können laut der entwickler eine saubere feedgrading monitor ausgabe an ein apple studio display pro display xdr oder airplay display senden so können die user das externe display nutzen um am set mal schnell gradings zu erstellen oder clips in der post production direkt von dem ipad aus farblich zu korrigieren warum nicht es geht ja dann alles aber man hat natürlich noch auf den fotos die apple veröffentlicht hat viele dinge erkennen können die cut page wird etwas abgespeckt aber vielleicht kommt ja dann noch etwas mehr im laufe der zeit aber erstmal sieht man dass die app mit zwei pages kommt und zwar der cut page und der color page so kannst du unter umständen wirklich dein ipad mit an den strand nehmen und einfach arbeiten die sachen der direkt aus der cloud ziehen und der nächste kollege arbeitet schon an dem color grading für die nächste szene ist dann alles möglich hier easy und einfach mit der app oben im media bereich kann man natürlich auch deutlich erkennen dass hier die unterschiedlichsten formate wie schon erklärt importiert werden können und es ist nicht wenig abgespeckt worden es ist eigentlich fast vollwertig auch die übersicht für die effekte die titel die transitions ist so denke ich reichhaltig bestückt aber der absolute hammer wäre natürlich wenn alles über den sync button auch mit dem multicam schnitt möglich werden kannst du sozusagen auf dem ipad pro auch noch multicam schnitt betreiben wenn dann richtig oben rechts ist dann auch alles gut angeordnet fullscreen export und sogar der inspektor ist dabei am rechten rand sieht man die audio pegel das passt soweit denke ich du kannst jetzt schon mit davinci resolve komplett auf deinem ipad schneiden wie schon gesagt kannst du natürlich alle pages hier in davinci resolve mit deinem ipad aktivieren und du kannst natürlich auch alles bearbeiten von vorn bis hinten das funktioniert perfekt und hier dann warum kann ich ja alles weil die kameras ja eigentlich ein bisschen dürftig ausgestattet sind gegenüber dem iphone es geht also alles was du im normalen davinci resolve auch machen kannst nur dass du es hier direkt auf dem ipad vielleicht auf dem sofa im bett oder an verschiedenen orten erledigen kannst was brauchst du dafür du brauchst einen apple pencil du brauchst das ipad pro ich habe hier das ipad pro m1 2021 und du brauchst dein macbook pro ich habe ein macbook pro 16 zoll ebenfalls aus dem jahr 2021 wenn du diese drei sachen hast dann ist das schon mal eine gute geschichte dann benötigst du natürlich noch wlan ganz wichtig ohne wlan funktioniert diese bedienung über das ipad nicht und dann hast du eigentlich alles was du brauchst um hier sozusagen mit dem ipad pro schneiden zu können beide geräte müssen im gleichen wlan sein das ist ganz wichtig und dann öffnest du deinen davinci resolve auf deinem macbook und gehst dann über apple airplay hier zum ipad und verbindest dein macbook mit dem ipad als zweiten monitor schiebst dann davinci resolve auf dein ipad und wie durch wunderhand funktioniert das dann nur mit dem apple pencil dass du wirklich alles machen kannst was du möchtest du hast hier unten sogar noch shortcut funktionen mit drin damit du nicht direkt nur ins programm hier rein muss da geht es dann für jede page gibt es auch unten shortcut funktionen das kann ich euch jetzt mal kurz zeigen das ist hier alles möglich dass du hier unten noch mal über shortcuts ziehst soweit bin ich aber noch nicht aber das ist ganz wichtig wie gesagt apple pencil weil mit dem finger und mit der hand kannst du hier nichts machen das funktioniert wirklich nur mit dem apple pencil zusammen mit deinem macbook pro kommen wir mal zu meinem fazit und in den zwei tagen in denen ich jetzt hier mit davinci resolve experimentieren konnte auf meinem ipad in verbindung mit dem macbook pro muss ich ehrlich sagen es macht spaß es macht richtig laune wenn du dich da sozusagen an den küchentisch verkrümeln kannst nicht viel hardware irgendwie mit brauchst außer den einen apple pencil und einfach mal vor dich hin schneiden kannst mit allen funktionen aber es ist natürlich auch schön wenn nachher die app kommt und wenn man dann über ipad os 16 natürlich noch ein großes studio display anschließen kann wird die sache natürlich noch perfekter und du kannst natürlich mit dem apple pencil hier auch einige dinge wirklich besser machen wie zum beispiel color grading und teilweise beim schnitt ist es auch besser wenn du in die audio spuren reingehst und da sozusagen noch ein paar sachen bearbeiten möchtest hast du mit dem apple pencil hier schon ordentlich eine chance das wirklich perfekt und relativ schnell und zügig zu machen mir hat schon mal gefallen und wenn jetzt definitiv noch die hardware zur software verfügbar ist wie zum beispiel jetzt hier auch der davinci resolve speed editor na denn ist doch alles schön du kannst mit dem speed editor und dem ipad irgendwo hin ziehen machst deine filmchen schneiden einfügen einfügen schneiden alles über shortcuts und bist da relativ schnell fertig brauchst natürlich wenig platz und hast hier auf dem ipad in zukunft große leistung m1 oder m2 werden es dir bieten und man sieht ja jetzt schon jetzt auf dem macbook pro was damit davinci resolve passiert er rendert innerhalb von vier oder fünf minuten wenn er groß ist die einen film von 20 minuten es ist einfach unfassbar was hier sozusagen zusammen mit den apple chips und davinci resolve in der zeiteinsparung passiert ist und das programm arbeitet flüssig in den zwei tagen habe ich jetzt hier keine bugs oder andere sachen festgestellt wenn du das auf den ipad spielst und mit deiner hardware beziehungsweise auch mit dem apple pencil bearbeitet gibt es da keine probleme ich hatte wie gesagt über die zwei tage kaum aussätze natürlich wird es auch eine frage vom speicherplatz werden denn wenn man sich jetzt mal überlegt dass hier auch apple pro res kompatibel ist auf dieser app wird dann teuer so ein ipad pro kostet mittlerweile in der zwei terabyte version mit dem m2 über 3000 euro da muss man sich jetzt mal fragen bringt das was bringt das mir was bringt das euch was das ist meine anwendungsfrage wer jetzt unterwegs sein sollte als cutter und einfach seine projekte aus der black magic cloud zieht hier im ipad bearbeitet dann wieder rüber schiebt und das von zu hause aus machen kann und dafür nicht ins studio gehen muss dafür ist es natürlich eine gute alternative da spart man zeit da spart man wege gerade in den vergangenen zeiten haben wir es ja gesehen mit der pandemie da ist natürlich eine möglichkeit vorhanden geht aber auch alles mit dem macbook pro also du kannst natürlich auch die black magic cloud mit dem macbook pro und dem normalen davinci resolve nehmen ja der markt wird zeigen ob das eine gute idee war ich finde auf alle fälle ja dann kommt endlich mal schwung in dieses apple ipad rein dann gibt es endlich mal eine software die auch mal den m1 oder den m2 beansprucht denn es war ja relativ karg und es war auch relativ rar dass du hier auf dem ipad pro wirklich mal den prozessor genutzt hast was mir nicht so gefällt vielleicht wird es ja dann mit ipad os 16 etwas besser ist natürlich das gesamte speicher management vom ipad wenn ich mir überlege dass ich dann sozusagen über diese dateien kopieren bewegen und alles andere relativ kompliziert meine dateien hier auf spielen muss wenn ich sie nicht gerade fotografiert habe oder vom iphone direkt rüber schiebe auf das ipad dann ist das speicher management hier beim ipad wirklich langwieriger und ein bisschen komplizierter als beim macbook pro das geht dann so ein bisschen in die zeit aber ansonsten sehe ich hier eine gute zukunft für die black magic app davinci resolve 18 und wir schauen mal was das so bringt ich hoffe du hast jetzt ein bisschen spaß wenn du das alles machen kannst leider kann ich euch eure fragen mit euren konstellationen nicht beantworten wenn ihr jetzt schreibt ich habe ein macbook von 2020 und ein ipad von 2019 geht das auch weil ich habe wirklich nur die konstellation die ich euch hier gezeigt habe und nur so funktioniert es jetzt für mich ob es mit älterer apple technik funktioniert kann ich euch leider nicht sagen deswegen gibt mir bitte ein like gibt mir ein abo für diesen kanal ihr werdet noch mehr erfahren was hier sozusagen mit davinci resolve auf dem ipad pro möglich ist und damit sage ich tschüss bei bei und winke winke sehr gern bis zum nächsten video